Ich krieg die Krise. Können wir uns jetzt iRacing Idiots of the Week auch noch angucken? Los geht's. Was muss in deinem Kopf einfach vorgehen für sowas hier? Was muss in deinem Kopf eigentlich vorgehen? Da muss es doch gähnende Leere gerade in dem Moment sein. Oh, Mann, ey. Äh, wie's dann? Alter, Spar ist halt einfach immer wieder ein Fest, Junge. Es ist einfach... Ey, der ist aber komplett im Arsch. Boah, der ist doch immer die Ziellinie rüber. Einfach ein Macher. Okay. 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 Oh, you did. Das gibt auf jeden Fall sehr lange Urlaub. Ei, 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 ei. Das war jetzt, äh, nicht so gut. Ich glaub, der hat keine Lust mehr gehabt. Oh, jetzt wird wehen. Und du kannst einfach... Du kannst nichts machen. Du bist einfach nur Beifahrer. Du bist Zuschauer. Du kannst nichts machen. Es geht im Oval nicht. Es geht nicht. Du bist einfach tot. Du kannst nicht. Okay. There's an incident in Le Coop. Looks like it's Smith. Okay, Jordan. Keep piling on the pressure. He'll make a mistake. Was war das denn? Einfach, okay, tschüss, wir gehen rein. Wir gehen jetzt einfach durch. Ich glaube, es ist vorbei. Würde ich sagen. Oh, das wäre so gut geworden. Nein, das wäre so gut geworden. Oh, und dann zieht der nach rechts rüber. Beruhig dich doch mal, was ist los mit dir? Direkt rein in die Box. Nee, ich glaube, mit Lenken ist nichts mehr. Nö, nö, nö. Nö. Oh, nein. 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 Einen Scheiß. Einen Scheiß, ey. Oh, den Braten hat er doch schon gerochen. Wolltest du da nicht ausweichen? Was ist denn ab hier kein, also, enger Mensch, Mann? Ich sag, also, auch wenn Menschen das immer als unhöflich empfinden, aber, Leute, geht mal vor die Tür und fasst mal ein bisschen Gras an. Einfach mal anfassen. Draußen. Dieses, dieses Draußen-Ding. Da gibt's so ein bisschen Sauerstoff, so, für deinen Körper zum Runden. Aber, what the fuck? Also, wenn man wirklich an so einem Punkt ist, dass man solche Sachen macht, sollte man wirklich vor die Tür gehen. Ehrlich. Oh, voll Entsorg. Oh, der passt da doch durch. Oh, der passt da doch durch. Oh, schön synchron. Spar ist jedes Mal ne Shit Show. Es spars immer ne Shit Show. Oh, nee. Ach, kack. Hm. Hm. Ich würde fast behaupten, der hat nicht so viel geübt. Ich würde fast behaupten, der hat nicht so viel geübt. Oh, der Auto ist kaputt. Oh, der Auto ist kaputt. Oh, okay. Warne und schöne Grüße aus Malaga. Say no to weed. Das finde ich jetzt auch nicht schön, dass das so verallgemeinert wird. Ich kenne sehr gute weed-Autofahrer. Also virtuell. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, das geht weiter. Eine Scheiße, ey. Oh, oh. Falsche Entscheidung getroffen. Da kommt es alle geflogen. Synchron. Oh, nee. Oh, lol. Hat er gedacht, dass er das übers Ziel... Über die... Was macht er denn jetzt? Oh no, no, please don't, no, okay. Was machst du denn? Und der andere schiebt auch noch an, oder? Also, wenn das jetzt keine Breakdance-Moves waren, dann weiß ich auch nicht. Hm. Okay. Okay. Oh oh. Also, auf was manche Menschen für die Ideen kommen, ist einfach, what the actual F? Was, also, was hat er sich denn jetzt gedacht, was er da für ein Kunstwerk macht? Michael McDowell, Wannabe. Hat nicht so funktioniert. Oh, Regen. Das ging gerade aus, mein Freund. Oh, Mann. Also, irgendwer war ja noch daneben, oder? Also, das muss man auch erst mal hinkriegen. Und beide können weiterfahren. Oh, die Zigarrenkiste. Einfach weggeschoben, so, nö, nö, auf dich, hab ich keinen Bock. Aua, ab jetzt hier. Und tschüss. Da kannst du doch schon wieder gleich den Computer ausmachen. Da kannst du gleich wieder den Computer ausmachen. Da steh dir vor, du kommst vor der Arbeit, gerade so, ja, noch schön geduscht, hast dir noch ein Käffchen reingeleidert, denkst du, geil, Alter, heute hab ich richtig Bock auf racen und das ist dein erstes Rennen, Junge. Einer hinten rein, noch einer hinten rein und dann ist es vorbei. Kommt noch einer. Und noch einer. Haha. Aber kannst du gleich den Rechner wieder ausmachen. Nö, tschüss. Ich geh raus in die Sonne. Okay, da ist er jetzt selber dran schuld. Und das war auch nicht cool. Fantastische Idee. Oh, come on, guys. Okay. Also, wer schon mal oval gefahren ist, der wird dieses Manöver sehr appreciaten. Das ist nicht so leicht. Das ist, nee. Also, da zieh ich meinen Hut vor. Das war ein sehr krasser Save. Ich glaub, der wollte was anderes fahren. Oh, no. Oh, no. Ey, du hältst dreiviertel deiner Drehung die Bremse und dann lässt du sie wieder los. Oh, man, ey. Hahaha. Weil der Typ Simbraten hat er einfach gerochen. Den hat er gerochen. Okay. Okay. Das musst du aber auch erstmal hinkriegen. Einfach durch das ganze Feld durchrutschen und niemanden treffen. Hahaha. Oh, beide keine Nase mehr. Na gut, jetzt auch kein Rennen mehr. Oh. Oh, er hat's nett gemeint. Muss man, man muss es einfach so sagen, er hat's nett gemeint. Hat er wirklich. Also, er steht auf der Bremse, er steht, er hat's nett gemeint. Wirklich. Ich krieg die Krise. Lenk doch nach links. Was machst du? Warum willst du denn da hin? Was ist der Grund dafür, dass du da hin willst? Nach außen. Oh, Mann, ey. Was, ein Scheiß, ey. Oh, Mann. Alter Verwalter. Der hat auch alles gegeben. Die ganzen Formel-Unfälle, die sind halt einfach, die sind, jede Folge sind die einfach so wild. Oh, das ist ja schon wieder er. Okay, wie dann? Bitte kein Rückwärtsgang. Oh. Dann weißt du, er ist so ein netter Fahrer, sofort runter von der Strecke, dass alle vorbeikönnen und dann rammelt er gegen die Tapete. Oh, nein. Wie unglücklich. Oh, wie unglücklich. Ich glaube, er ist fertig. Okay. Wild. Diese Dinger sind einfach zu doll. Es ist einfach zu wild. Zu wild, was da passiert. Ich sag's immer wieder, ey. Ich sag's immer wieder, 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 ich sag's immer wieder